Guten Tag, oder Abend, oder Nacht, oder Morgen, oder Früh. Hallo, da oben ist noch viel. Ja, deswegen hast du auch hingesetzt. So, wie macht man das jetzt am dümmsten? Dümmsten. So macht man es am dümmsten, das ist richtig. Oder so. Der klautzt jetzt Pixel, als das beim Witz hier drauf zu hauen. Ja, oben war der ganze Stick von der Pixel. Und ich habe nur zwei Abgebote, als ich wieder kam, waren die errichtlichen Achtweg. Das waren alles meine. Dafür, dass ich eine Kupfer-Spitzsacke habe. Ja, da hatten ich glaube alle Pixel. Du klaust dir aber auch immer überall alles. Nein, dann wäre das auch meine gewesen. Auch in Left 4 Dead. Du bist der Erste, der immer beim Zeug sieht, was rumliegt. Oh, hier sind Tabletten. Oh, hier ist eine Spritze. Also ich halte ja nur nach Kettensägen ausschauen. Ich halte jetzt immer nach Pfannen oder Gitarren ausschauen. Oder so. Oder so. Was ist das jetzt hier? Silber, okay. Ja, hast du ja gesagt. Ich sehe es nämlich nicht, weil ihr das alle aufnehmt. Das Silberohr steht bei mir da. Sehr gut. Silber ist immer gut. Ich glaube, ich fahre mal jetzt gleich ein Bau. Ja, ich glaube auch. Naja, fahre mal schon nicht. Ja und, was ist das unten? Keine Ahnung. Trotz Rotterlava. Bestimmt, mega cooles Zeug. Du musst es mir auch holen. Ja, dann hol mal. Sicher, dass das nicht Hintergrund ist? Ich weiß eben auch nicht. Probier mal was dran zu bauen. Nee, das ist kein Hintergrund. So. Das ist schon wieder alles safe. Ach, was? Oh, da hat jemand meine Fackel abgebaut. Was hängt da rechts eigentlich? Achso, das ist so eine Spitze. Ah, gut. Boah. Deswegen wird hier großflächig abgezäunt. Ich würde es mal interessieren, wie weit man in Lava kann. Du kannst hier ja wegbauen. Ja. Moment, ich möchte aber dabei bitte hoch, weil ich möchte den Weg, der hier nicht nochmal laufen muss. Oh. Oh. Da haben wir da einfach mal mitgenommen. Oh. Oh. Willst du jetzt ausprobieren? Ja, wie weit er darunter in die Lava-Frau dringen kann. Ja. Ja. Das sehe ich schon nicht mehr. Na gut. Komm schon drauf hoch. Ey, wir müssen hier oben noch abruhen, gell? Ja, ja. Ja, bau doch schon mal. Boah. Ah. Ich geh hier so rum. Sand. Ah, guck mal hier oben. So, wo? Ja, Prost, ja. Ah, hier ist die Fackel. Okay. 25 Pixels. Ah, das habe ich schon wieder 312. Komm mal einfach hier mit abbauen. Am besten weiter. Ich muss mir erstmal einen Weg bauen, ich kann doch nicht hier hin. Lalalala, uh. Silber, 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 Silber. Immer Silber. Oh, ich kann. Komm mal einer, eine Fackel hierher, bitte. Mach ich. Über Tick, abgebaut. Ja, der Radio ist super von diesen Waffen hier. Mach es so präzise. Oh, ich brauche Essen. Wisst du was, das Problem ist, dass wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen müssen, gell? Starten wir doch locker. Oder wir sterben und verlieren Geld. So. Klack, 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 klack. Sag mal, ihr habt hier was übersehen. Du machst das schon. Oh, hier runter muss man. Ja, dann warte doch mal bitte auf mich. Wir wissen ja sowieso, wir grad hier ruddeln wieder. Was, was, was ist denn, das ist so eine riesengelbe Spitze. Ihr habt Iron Ohr vergessen. Keine Ahnung, ich würd sagen. Die tut auch weh. Die tut auch weh. Das ist auch Son, da bekommst du Son. Die Viecher machen einen Stress. Was? Was ist das Silbone da unter uns? Weiß ne? Sicherlich Eisen. Äh, Silbone. Ja, fertig. Das ist gut. Halt jetzt die Fresse hier, ey. So. Mein Schuss war beschlossen. Oh. Und das Kopfhau. Sehr gut. Oh. Das hat sich natürlich wieder. Ich will, ich will dir, ich will nicht durchspazen. Ich will, ich will dir, ich will nicht durchspauen. Warte. Ich mach es ganz einfach. Der Toll, du. Das hättest vollgebracht. Ja, hat's. Im Endeffekt, im Endeffekt fallen wir genau auf dieses komische Dingsbums da drauf und sind wir müssen uns jetzt ganz reale hat nach rechts bauen kann noch mal einer hoch hier oder am besten weiter ich sag mal willst du mich verarschen dass mich schon wieder mein geld geklaut das nächste mal verpist du dich wenn ich sowas da abbaue das gibt es gar nicht hast du da irgendwie so an solche dinge eine schnur dran gebaut so wie manche gierigen leute an so ein penny ja das würde ich aber gerne mal ausprobieren das wollte ich auch schon ausprobieren es geht zum glück hier alles so fix übrigens da oben noch kohle kohle wo denn hat da wo du wieder dran springt hier unten ist noch eisen und wieder lava ja warum muss man hier durch hier nach unten der berg ist eh voller guter dinge der berg ist voller guter dinge ich habe schon zwei vor drei balken von meiner scheiß spitze verloren echt ich habe schon drei stück verloren so jetzt bitte links bauen jetzt bitte links bauen zack 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 so jetzt sind wir wieder hoch gell so jetzt hier nach unten siehst schon komm ich fall in die lava ja dann können wir mal ausessen was passiert alles weg das wäre super hier unten ist immer noch was wohin naja genau unter uns ist hier lava das ist so eine taschenlampe klick 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 ja da ist auch ein wo der Welt glaube ich naja sure ja auch da ist jemand wer hat diese illusionen erstellt dass diamanten immer türkis sind minecraft du kannst ja auch was machen und nicht nur noch so dumme dagegen da rumstehen ja auch nicht aha ich bin da dran guckt zu woher ach das habe ich gar nicht gesehen wir müssen jetzt runter ich bin vielleicht für dich ich glaube dann können wir erst mal zurückgehen zum einfachen grund weil es dann hier nicht weitergeht außer da drüben da kommt sicherlich noch tausend coole sachen ja ob man jemals wieder hin finden für was denn ja ich habe da vorhin auch wieder hergefunden aber es gab da vorhin einen weg dem wir noch nie gegangen sind ja da knumpfst du erst mal ja ich nehme jede spitze mit herrungenschaft sie haben jede spitze in starbund erwischt bald nur für dich als herrungenschaft auf steam ich hoffe doch ich hoffe so was gell zack 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 gibt es eigentlich steam selber karten für starbund not das ding hier ist das böse das greife ich nicht an der rahe gäbe es jetzt coole bomben die du werfen kannst also ich habe ja eine coole bombe die ich werfen kann in der ecke müssen wir rechts links rechts links oh pikachus die katze sind voll low hey geht es denn hier lang ach ja wird auch gut hätte ich dir fast nicht sagen könnten jetzt hier ja ach so ne hier nicht ne jetzt geht es noch nach rechts ja hier unten geht es noch rein leck mich doch nein ne doch nicht ich nehme einen blick auf die uhr ja ach toll ach ja hier sieht so aus wie hier oben so hier sitzt doch willst du hier machen gut nach zeitplatz aus ach 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 ein block fehlt halt ja mich hafen du 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 stirbst schon nicht jetzt bist nur ganz oben naja da gibt es doch noch einen weg an dem wäre es doch gerne gelaufen wenn wir einmal hier sind ja aber 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 der weg den der ersten grad mal zwei sekunden da unten in der hülle den schaffen wenn wir regeneriert sind und alle jetzt Rüstung gebaut haben auch weil der ist jetzt echt nicht ist doch egal wo ich mir regeneriere vor allem egal ja wir wollen Rüstung haben du echt ich will ich will mein weihnachtsmannkostüm haben kann man da drunter auch eine Rüstung anziehen nö ja ja schwimmt eiskalt außen rum ja warum nicht gell es geht ums prinzip es waren da drüben wir gucken gleich noch mal nur die Dinger sehen aus wie Rizaros da hoch so dann kann ich mich dann erstmal räkeln auch hier und ach ne nicht hier hoch ja eigentlich da hoch da geh ich jedes mal hoch diesmal nicht ah hier unten ist doch ne das ist ein hochstein na gut uah juhu endlich ey endlich ich geh ins Bett ey unser Haus ist schon echt schön oah oah erst mal schlafen ja toll ich bin das haustier und darf nach draußen ja ich hab ein Platinum oah ich hab keine Ahnung wie ich sie hab aber ich hab's ich hab von auch ich hab sogar zwei gehabt ne drei ein Siegner in der Kiste oah sehr gut wir können ein Platinum machen du die Folge ist jetzt aber glaube ich rum achso ich hoffe es ist stark Matto natto bis zum nächsten auf Wiedersehen kurz tiyo 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 tiyo